Ei, 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 Jack Grealish. Da schaut aber einer gar nicht fit aus. Aber hey, so sehen eben frischgebackene Champions-League-Sieger aus. Müde, verkatert, aber überglücklich. Pep Guardiola und Kapitän Ilkay Gündoğan präsentieren stolz den Henkelpott. Am Montagmorgen ist das Team von City wieder in Manchester gelandet. Nach dem 1-0-Sieg über Inter Mailand rührte sich Pep Guardiola nach Barca nun mit dem zweiten Team zum Trippelsieger. Als nächstes steht die Parade in der Stadt an. Da sind wir jetzt schon alle auf Jack Grealish gespannt. Hoffentlich hat er bis dahin mal ein Zwischenwasser getrunken.